Ich komme aus Recife, das ist im Nordosten von Brasilien. Meine Muttersprache ist Portugiesisch, aber ich spreche auch Deutsch. Ich bin jetzt vier Jahre in Deutschland. Hier ist es im Januar sehr kalt. In Recife ist es im Januar besonders warm. In ein paar Tagen gehe ich zurück nach Brasilien, aber in einem Jahr komme ich zurück nach Deutschland. Ich bin 25 und in Neuberg geboren. Mein Sohn Tien ist sieben Jahre alt und geht in die zweite Klasse. Ich bin alleinerziehend, aber meine Mama hilft mir. Sie heißt Hoa. Sie kommt aus Vietnam und lebt seit fast 40 Jahren in Deutschland. Im Moment ist sie aber bei meinem Opa in Vietnam. Er ist fast 90 und leider sehr krank. Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Ich arbeite jeden Tag von 8.30 Uhr bis 17 Uhr. Manchmal habe ich auch zwei Wochen Unterricht in der Berufsschule. Mein Chef ist total nett und die Arbeit macht richtig Spaß. Ach ja, ich bin auch Fußballprofi beim SC Neuberg. Wir lieben Neuberg. Besonders schön finden wir das Stadtviertel Elbstein. Hier gibt es viele Bäckereien und Obst- und Gemüseläden. Almas Schule ist gleich hier in der Nähe und mit der U1 ist man schnell im Stadtzentrum. Wir würden gern hier wohnen, aber die Mieten sind leider sehr hoch. Ich komme aus Syrien und lebe in Neuberg. Ich bin Elektroniker. Ich muss sehr viel arbeiten, aber am Wochenende bin ich fast immer hier draußen im Westpark. Mein Hobby ist Longboarden. Das macht so Spaß. Meine Freundin ist manchmal richtig sauer. Du und dein Skateboard. Und was ist mit mir? Hm? Ich esse gern, aber ich kann nicht gut kochen. Zu Hause in Polen hat Mama für mich gekocht. In Deutschland habe ich viel gelernt. Fotografieren zum Beispiel. Aber kochen kann ich immer noch nicht so toll. Oft mache ich Gemüse, Nudeln oder Reis. Das geht schnell und schmeckt gut. Ich esse auch mal Fleisch, aber nur sehr selten. Wir arbeiten beide als Taxifahrer. Und Toni liebt Handys. Jetzt hat er wieder ein neues. Quatsch. Das habe ich doch schon vier Monate. So lange? Achmed ist nicht nur ein Kollege und Freund. Er ist fast wie ein Vater für mich. Er gibt mir immer super Tipps. Aber von Smartphones hat er keine Ahnung. Ich komme aus Finnland und lebe in Neuberg. Als Wachmann muss ich oft nachts arbeiten. Das finde ich nicht so toll. Aber ich muss ja Geld verdienen. Am liebsten würde ich studieren. Aber ich habe kein Abitur. Ich will unbedingt noch etwas anderes machen. Naja, vielleicht habe ich ja bald eine super Idee. Hey, Luna. Du siehst ja so glücklich aus heute. Ja, Irene. Ich bin auch glücklich. Was ist denn los? Hast du im Lotto gewonnen? Nein, ich gehe zurück nach Brasilien. Was? Aber nur für ein Jahr. Hey, das ist ja interessant. Was machst du denn da? Ich arbeite für Ärzte ohne Grenzen. Als Krankenpflegerin. Wow. Das ist ja toll. Das würde ich auch gern machen. Ja, dann mach's doch. Naja, ich glaube, so mutig bin ich nicht. Ich war mein Leben lang immer hier in Neuberg. Ich glaube, ich bin zu alt für sowas. Ach, was? Man ist nie zu alt. Hm. Ich weiß nicht. Und was machst du mit deiner Wohnung? Die ist doch so schön. Die behalte ich natürlich. Ich möchte sie für ein Jahr vermieten. Ich suche gerade eine Untermieterin. Hoffentlich findest du eine. Ist das nicht stressig? Ach nein. Das klappt schon. Da gibt's so ein Internetportal. Ich bin da ganz optimistisch. Du hattest heute einen Termin bei deinem neuen Arbeitgeber, oder? Ja, genau. Ich hatte ein Gespräch mit dem Chef. Er war sehr nett und das Gespräch war super. Vielleicht kennst du ihn ja. Er heißt Dominik Brauer. Hm. Den Namen habe ich schon mal gehört. Ist das nicht so ein Starkoch hier in Neuberg? Ja, genau. Ihm gehört doch dieses Superrestaurant, oder? Die Eule. Ja. Warst du da schon mal? Was? Ich? Nein. In ein so teures Restaurant kann ich nicht gehen. Du, ich bin Krankenpflegerin. Da verdient man nicht so viel. Hm. Und du? Bist du auch Köchin? Ja, und bei Dominik kann ich jetzt noch eine Menge dazulernen. Super. Das klingt ja toll. Und du gehst ins Ausland? Oder wie war das? Ja. Ich gehe für ein Jahr nach Brasilien. Für Ärzte ohne Grenzen. Oh, wow. Das ist aber ganz schön weit weg. Ach. Für mich ist das nicht so schlimm. Ich komme ja aus Brasilien. Ach. Wirklich? Ist ja irre. Erzähl doch mal. Warte. Ich zeige dir ein paar Fotos. Du hattest heute einen Termin bei deinem neuen Arbeitgeber, oder? Ja, genau. Ich hatte ein Gespräch mit dem Chef. Er war sehr nett und das Gespräch war super. Vielleicht kennst du ihn ja. Er heißt Dominik Brauer. Ich komme ja aus Brasilien. Ach, wirklich? Ist ja irre. Erzähl doch mal. Warte. Ich zeige dir ein paar Fotos. Guck mal. Das bin ich. Hey. Das Bild hat mein Opa fotografiert. Ich denke, da bin ich sieben gewesen. Ich habe mit meiner Mutter, meinen Großeltern und meinen fünf Geschwistern in einer Wohnung gelebt. Das war gar nicht so einfach. Naja. Uns Kinder hat das nicht so gestört. Als Kind ist man ja… Und schau. Hier in der Straße haben wir gewohnt. Das ist meine Mama. Ah. Und der Mann da? Das ist mein Opa. Mhm. Mama hat immer sehr viel gearbeitet. Und meine Großeltern haben auf uns Kinder aufgepasst. Sie waren immer… Ah. Und hier? Schau die zwei da. Das waren meine besten Freundinnen. Clara und Maria. Ich habe sie fast jeden Tag getroffen. Zuhause hatten wir keinen Platz. Also haben wir meistens draußen gespielt. Wir sind oft Fahrrad gefahren oder haben auf der Straße Ball gespielt. Zum Glück ist nie was passiert. Clara ist später nach Europa gegangen. Maria ist in Brasilien geblieben. Hallo Luna. Richtig schön war es bei dir. Und ich freue mich so über die Wohnung. Ach. Ich habe dir noch Fotos von meiner Familie versprochen. Das habe ich nicht vergessen. Ich schicke sie dir gleich zusammen mit ein paar Infos. Jetzt wünsche ich dir aber eine super super tolle Reise nach Brasilien und ganz viel Erfolg bei deiner Arbeit. Ich finde es toll, was du da machst. Alles Liebe. Ich habe ihr nur kurz beim Möbel rauftragen geholfen. Und was macht sie? Sie lädt mich zum Abendessen ein. Stell dir das mal vor. Moment. Moment. Wer hat dich eingeladen? Eine Nachbarin. Aus dem Nebenhaus. Einfach so. Und ich habe auch noch Ja gesagt. Na und? Das ist doch nicht schlimm. Ich mag solche Einladungen nicht. Das ist so, so offiziell. Verstehst du, Ahmed? Ach, komm Toni. Mach dir keine Sorgen. Das wird sicher nett. Nett? Das wird nicht nett. Das wird stressig. Was soll ich anziehen? Was soll ich mitbringen? Was soll ich mit ihr reden? Ich weiß doch nicht, was man da macht. Hast du vielleicht ein paar Tipps für mich? Aber ja. Das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Aber ja. Das ist ganz einfach. Ich würde normale Sachen anziehen. Sauber und ordentlich natürlich. Und vielleicht würde ich ein paar Pralinen mitbringen. Oder ein paar Blumen. Aber keine Rosen. Und was soll ich sagen? Das weiß ich nicht. Du musst nur du sein. Einfach du. Verstehst du? Sei einfach Toni. Und alles andere kommt dann ganz von selbst. Meinst du? Aber ja. Es gibt da doch auch Seiten im Internet. Da findest du ganz sicher noch mehr gute Tipps. Danke, Ahmed. Da seid ihr ja. Wie schön. Und genau pünktlich. Das Essen ist auch gerade fertig geworden. Hallo. Schön, euch zu sehen. So. Schön war's. Wir gehen jetzt mal. Ja. Schön war's mit euch. Dann bis bald. Wir sehen uns. Bis dann. Nicht einmal Danke können die sagen. So viel Arbeit. Sehr lecker war's. So, jetzt müssen wir aber los. Was? Aber es gibt doch noch eine Nachspeise. Ja, aber wir müssen jetzt wirklich gehen. Wir müssen morgen früh aufstehen. Gespräch vier. Und dann hat er gesagt, er arbeitet ab jetzt nur noch am Vormittag. Das finde ich komisch, stimmt. Sorry. Oh, es ist aber wirklich schon spät. Ich gehe jetzt mal nach Hause. Ich bin unzufrieden. Warum? Weil ich meine Nachbarin besuchen muss. Hallo Toni. Du bist ja pünktlich. Hallo Katharina. Na komm doch rein. Vielen Dank. Hier, ein Gastgeschenk. Für dich. Oh, die sind ja süß. Wie nett. Danke. Hm, das riecht ja fantastisch hier. Es riecht wie… wie Pizza, oder? Na ja, nicht ganz. Es ist ein schwäbischer Zwiebelkuchen. Zwiebel? Kuchen? Oha, das habe ich ja noch nie gegessen. Ein Rezept von meiner Oma. Aber zuerst gibt's Suppe. Ich hoffe, du hast Hunger. Ja, und wie. Nimm doch bitte Platz. Danke. Was für einen Wein möchtest du? Weiß oder rot? Vielen Dank, aber ich trinke keinen Alkohol. Ach so. Was für ein Getränk möchtest du denn? Ach, lass nur. Das Wasser hier ist völlig okay. Ah, gut. Ähm, kannst du mir mal deinen Teller geben? Na klar. Hm, die Suppe sieht ja wunderbar aus. Das ist eine Aprikosen-Karottensuppe. Aprikosen-Karottensuppe? Was es alles gibt. Hoffentlich schmeckt sie dir. Guten Appetit. Guten Appetit. Wow, das schmeckt toll. Das freut mich. Du, was für ein Gewürz ist denn da drin? Gewürz? Ja, es ist ein bisschen scharf, aber sehr lecker. Ach so, das ist Ingwer. Hm, lecker. Du kannst ja wirklich super kochen. Oh, danke. Das schmeckt toll. Das freut mich. Es ist ein bisschen scharf, aber sehr lecker. Ach so, das ist Ingwer. Was? Schon halb zwölf? Oh, ich denke, jetzt muss ich leider gehen. Wirklich? Ach komm, bleib doch noch ein bisschen. Danke, Katharina. Das ist sehr nett. Aber ich muss morgen früh schon um sechs Uhr am Taxistand sein. Was? So früh? Oh je. Okay. Aber das war ein ganz toller Abend mit dir. Vielen Dank. Das Essen war sehr gut. Alles war so lecker. Aber am allerbesten war der Zwiebelkuchen. Ab heute bin ich Zwiebelkuchen-Fan. Und ich sage auch Danke. Ich habe mich sehr über die Blumen gefreut. Und ja, der Abend war sehr schön. Das machen wir bald wieder, okay? Und dann besuchst du mich. Ja, gern. Aber Achtung. Ich kann leider nur Tiefkühlpizza und so. Tja, da müssen wir unbedingt was dagegen tun. Schau mal. Hier. Was ist das? Eine Kopie von Omas Zwiebelkuchen-Rezept. Möchtest du sie haben? Da kannst du schon mal üben. Ich? Und kochen? Nein. Nicht kochen. Backen. Backen? Ich? Oh mein Gott. Schau mal, Achmed. Hier ist noch frei. Ah, prima. So, Toni. Jetzt erzähl mal. Wie war's denn nun gestern Abend? Ähm, warte. Da kommt die Bedienung. Hallo. Was darf ich Ihnen bringen? Ähm, ich nehme ein Hähnchen-Sandwich. Und was möchten Sie trinken? Eine Cola, bitte. Eine Cola. Gern. Und Sie? Ich nehme auch eine Cola. Und dazu einen Hamburger, bitte. Alles klar. Dankeschön. Na? Und? Sag schon. Wie war's gestern? Es war schön. Sehr schön sogar. Und auch sehr lustig. Ach, das freut mich aber. Ja. Es hat wirklich Spaß gemacht. Und Katharina ist super nett. Na siehst du? Ähm, hallo? Verzeihen Sie. Ja, bitte. Ich habe da ein Problem. Mein Glas ist leider nicht ganz sauber. Ach, wirklich? Hier. Hier. Sehen Sie. Oh ja. Stimmt. Entschuldigen Sie bitte. Ich bringe Ihnen sofort noch eine Cola. Okay. Danke. Erzähl weiter, Toni. Wir haben uns fast vier Stunden lang total super unterhalten. Und wir haben dabei auch ganz viel gelacht. Also, dann war der Abend gar nicht stressig? Nein. Überhaupt nicht. Vielen Dank, Achmed. Du hast mir sehr geholfen. Alles gut. Kein Problem. Was? Schon halb eins? Du, ich glaube, jetzt müssen wir mal wieder arbeiten, was? Ja, leider. Hallo? Entschuldigung? Ja? Die Rechnung bitte. Getrennt oder zusammen? Getrennt. Das macht bei Ihnen dann 8,20 Euro. Hier. Machen Sie 9 Euro. Und einen Euro zurück. Dankeschön. Wie viel macht das bei mir? Bei Ihnen? 8,95 Euro. Hier sind 10. Stimmt so. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Und? Trefft ihr euch bald mal wieder? Naja, vielleicht. Aber erstmal muss ich backen lernen. Backen? Du? Naja, warum nicht? Backen ist immer gut. Hallo. Was darf ich Ihnen bringen? Ähm, ich nehme ein Hähnchen-Sandwich. Und was möchten Sie trinken? Eine Cola, bitte. Eine Cola. Gern. Und Sie? Ich nehme auch eine Cola. Und dazu einen Hamburger, bitte. Alles klar. Dankeschön. Ähm. Hallo? Verzeihen Sie. Ja, bitte. Ich habe da ein Problem. Mein Glas ist leider nicht ganz sauber. Ach. Wirklich? Hier. Sehen Sie. Oh ja. Stimmt. Entschuldigen Sie bitte. Ich bringe Ihnen sofort noch eine Cola. Oh ja. Oh ja. Die Rechnung bitte. Getrennt oder zusammen? Getrennt. Getrennt. Das macht bei Ihnen dann 8,20 Euro. Hier. Machen Sie 9 Euro. Und einen Euro zurück. Dankeschön. Wie viel macht das bei mir? Bei Ihnen? 8,95 Euro. Hier sind 10. Stimmt so. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Hey. Ja. Hallo. Na, wie geht's dir denn? Ah, okay. Mir geht's ganz gut. Aber mein Arbeitstag heute war sehr stressig. Boah. Ich bin müde und total fertig. Ein bisschen Sport machen? Oh ja. Das ist eine gute Idee. Was? Klettern? Nein, das möchte ich nicht so gern. Das ist zu gefährlich. Naja, weißt du, da braucht man so viel Konzentration. Tut mir leid. Das schaffe ich heute nicht mehr. Aber darf ich etwas vorschlagen? Wollen wir eine Runde joggen? Was denkst du? Ja? Na super. Und wo? Hast du eine Idee? Im Westpark? Okay. Ja. Gut. Einverstanden. Aber wie kommen wir da hin? Mit dem Rad? Gut. Machen wir es so. Holst du mich ab? Klettern ist schon toll. Und es macht auch richtig Spaß. Ja, finde ich auch. Aber vor ein paar Wochen habe ich zum ersten Mal Sub ausprobiert. Das finde ich noch interessanter. Kennst du das auch? Stand Up Paddling? Nein, das habe ich noch nie ausprobiert. Aber es sieht sehr, sehr cool aus. Das würde ich auch gern mal machen. Aber? Aber leider ist die nächste See so weit weg. Verstehe. Und welche Sportart gefällt dir am besten? Hm. Naja. Im Moment mag ich Aerial-Yoga am liebsten. Aerial-Yoga? Das habe ich noch nie gehört. Was ist das denn? Das erkläre ich dir nachher. Vielleicht machen wir ja bald mal eine Pause. Okay. Du, da vorne sind ein paar Trainingsgeräte. Ah, ja? Da würde ich ganz gern ein paar Übungen machen. Einverstanden? In Ordnung. Oder hast du etwas dagegen? Nein, nein. Gar nicht. Na, willst du nicht auch ein bisschen trainieren? Nein, nein, danke. Ich mache ganz gern mal eine Pause. Ich bin ja nicht so schnell wie du. Wirklich? Ja, du joggst viel schneller als ich. Ach so. War ich zu schnell? Das tut mir leid. Entschuldige bitte. Ach was. Ist doch gar kein Problem. Hier, schau mal. Das ist Aerial-Yoga. Siehst du? Wow. Das sieht ja echt cool aus. Das ist sicher genauso gut wie Fitnesstraining, oder? Nein, nein. Aerial-Yoga ist viel besser als Fitnesstraining. Wow. Das musst du mir mal zeigen. Wie du da in der Luft Yoga machst. Das sieht sicher super schön aus. Na ja, ich weiß nicht. Ich bin da nicht so sicher. Na, willst du nicht auch ein bisschen trainieren? Nein, nein, danke. Ich mache ganz gern mal eine Pause. Ich bin ja nicht so schnell wie du. Wirklich? Ja, du joggst viel schneller als ich. Ach so. War ich zu schnell? Das tut mir leid. Entschuldige bitte. Ah, da sind sie ja schon, unsere neuen Azubis. Hallo, Frau Kovac. Hallo, Herr Staute. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Becker. Guten Morgen. Ähm, darf ich Ihnen Amadou Sabali vorstellen? Hallo. Freut mich. Ich heiße Ella Kovac. Und ich bin Dennis Staute. Herr Sabali ist auch Auszubildender hier bei Ramald IT. Er kennt die Firma sehr gut. Cool. Er macht mit Ihnen jetzt einen Rundgang durch die Firma. Sie können ihn alles fragen. Oh, super. Prima. Na dann, viel Spaß. Sie werden sehen. Bei uns können Sie wirklich viel lernen. Danke, Frau Becker. Danke, Frau Becker. Tschüss. Okay, Leute. Dann gehen wir mal los, oder? Sag mal... Ähm... Amadou? Mhm? Was für eine Ausbildung machst du denn eigentlich? Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker. So wie ihr jetzt auch. Oh, das ist ja prima. Ich habe nämlich ganz viele Fragen. Ganz viele? Oje, oje. Das geht ja gut los. Sag mal, Amadou. Mhm. Wie lange bist du denn schon bei Ramald IT? Seit einem Jahr. Aha. Und wie viele Leute arbeiten hier? Im Moment sind es fast 120. So viele? Wow. Kennst du die alle mit Namen? Ja, inzwischen schon. Das war aber gar nicht so einfach. Es hat über drei Monate gedauert. Na, das glaube ich. Du, Amadou, weißt du eigentlich... Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Wie ist das mit der Berufsschule? Ich glaube, das habe ich noch nicht richtig verstanden. Wann oder wie oft müssen wir dorthin? Kannst du mir das nochmal erklären? Kein Problem. Wir Auszubildenden arbeiten immer für sechs Wochen hier in der Firma und dann gehen wir für zwei Wochen in die Berufsschule. Ist das jetzt klar? Ja, danke. Jetzt habe ich's verstanden. Na, ihr seid so still. Keine Fragen mehr? Doch. Ähm, wann ist denn hier die Mittagspause? Die Mittagspause gibt es bei uns nicht. Was? Keine Mittagspause? Doch. Ihr könnt hier Pause machen, wann ihr wollt. Echt? Imbiss und Snacks bekommt ihr in der Kantine von morgens bis abends. Okay, aber manchmal möchte man ja auch was warmes essen. Dann musst du zwischen 12 und 15 Uhr in die Kantine gehen. Entschuldigung. Du meinst also, in der Kantine gibt es Imbiss und Snacks von morgens bis abends, aber warmes Essen gibt es nur zwischen 12 und 15 Uhr? Perfekt. Genau so ist es. Hey, Amadou. Hey, Flo. Na, was macht ihr? Wir machen eine Betriebsführung. Das sind Ella und Dennis, unsere neuen Azubis. Hey, freut mich. Hallo, Ella. Hallo, Dennis. Hallo. Tja, ich muss leider gleich weiter. Ich habe einen Termin. Du, warte. Ich brauche ein paar Infos von dir. Wann hast du denn mal Zeit? Ähm, von Montag an bin ich für eine Woche unterwegs. Aber morgen Vormittag vielleicht? So um elf? Ja, super. Okay, dann macht's gut, Leute. Wir sehen uns. Ciao. Bis morgen. Wer war das denn? Der Hausmeister? Nö. Das war Florian Rahmalt. Was? Das war... Das war unser Chef. So, kommt mit. Jetzt gehen wir in unsere Abteilung. Dort gibt's gleich noch mehr Informationen für euch. Boah, noch mehr? Ich hab jetzt schon Kopfschmerzen. Wie lange bist du denn schon bei Rahmalt IT? Seit einem Jahr. Kennst du alle mit Namen? Ja, das war aber gar nicht so einfach. Es hat über drei Monate gedauert. Wir Auszubildenden arbeiten immer für sechs Wochen hier in der Firma und dann gehen wir für zwei Wochen in die Berufsschule. Aber manchmal möchte man ja auch was warmes essen. Dann musst du zwischen zwölf und fünfzehn Uhr in die Kantine gehen. Wann hast du denn mal Zeit? Von Montag an bin ich für eine Woche unterwegs. Ähm, jetzt hab ich noch ne Frage. Wie ist das mit der Berufsschule? Ich glaube, das habe ich noch nicht richtig verstanden. Wann oder wie oft müssen wir dorthin? Kannst du mir das nochmal erklären? Kein Problem. Wir Auszubildenden arbeiten immer für sechs Wochen hier in der Firma und dann gehen wir für zwei Wochen in die Berufsschule. Ist das jetzt klar? Ja, danke. Jetzt habe ich's verstanden. Okay, aber manchmal möchte man ja auch was warmes essen. Dann musst du zwischen zwölf und fünfzehn Uhr in die Kantine gehen. Entschuldigung, du meinst also, in der Kantine gibt es Imbiss und Snacks von morgens bis abends, aber warmes Essen gibt es nur zwischen zwölf und fünfzehn Uhr? Perfekt. Genauso ist es. Oh, schon viertel vor acht. Die Schule fängt gleich an. Du musst losziehen. Ja, ja. Hier ist dein Pausenbrot. Vergiss es nicht. Was ist denn da drauf? Schokocreme? Nein. Du bekommst so oft Schokolade oder Gummibärchen für die Pause. Heute gibt's mal Frischkäse, Tomaten und Gurke. Wääh. Nix wääh. Das ist lecker und gesund. Ich will aber Schokolade oder Bonbons. Oh, eine Nachricht. Von Frau Donnersberg? Was? Deine Lehrerin möchte mit mir sprechen. Na und? Das ist mir egal. Weißt du warum? Warst du frech? Oder hast du eine schlechte Note? Na, sag schon. Wieder eine Vier in Mathe? Keine Ahnung. Wann kommt Oma denn endlich aus Vietnam zurück? Weiß ich nicht. Das kann noch dauern. Ach, Mann. Du musst jetzt los. Hier, dein Pausenbrot. Wääh. Frau Nguyen, es gibt leider ein paar Probleme mit Tien. Deshalb möchte ich gern mal mit Ihnen sprechen. Was ist denn los? Hat er etwas falsch gemacht? Keine Angst. Es ist nichts Schlimmes. Tien macht seine Hausaufgaben nicht ordentlich genug. Oh. Kontrollieren Sie die Hausaufgaben denn manchmal? Ähm, nein. Wissen Sie, Frau Donnersberg, ich muss sehr viel arbeiten. Und Tien's Oma, also meine Mutter, ist zurzeit bei ihrem Vater in Vietnam. Deshalb ist Tien nun oft allein zu Hause. Das ist nicht so toll. Ich weiß. Aber ich kann das im Moment nicht ändern. Ja, das verstehe ich. Aber vielleicht sprechen Sie mit Tien mal darüber. Ja, natürlich. Das mache ich. Ähm, welche Probleme gibt es denn noch? Tien hat oft Schokolade und andere Süßigkeiten dabei. Das ist nicht erlaubt. Die Kinder sollen ein richtiges Pausenbrot mitbringen. Das steht auch in der Elternbroschüre. Haben Sie die denn schon mal gelesen? Nein, die habe ich gar nicht. Sie können sie ganz einfach von der Schulwebseite herunterladen. Okay. Das mache ich. Prima. Und jetzt möchte ich Ihnen noch was anderes sagen. Ja? Was denn? Tien ist sehr intelligent. So? Ah. Und er ist auch ganz besonders musikalisch. Ja, das stimmt. Musik ist Tien's Lieblingsfach. Und er möchte so gern Gitarre lernen. Aber im Moment geht das nicht. Meine Mutter ist ja in Vietnam und ich muss arbeiten. Deshalb kann ich Tien leider nicht zum Gitarrenunterricht bringen. Das brauchen sie auch nicht. Hier in der Schule gibt es nämlich einen Neigungskurs für Gitarre. Immer am Dienstag und am Donnerstag. Ach? Da kann Tien mittags einfach in der Schule bleiben. Er bekommt ein Mittagessen und danach hat er bis 16 Uhr Gitarrenunterricht. Das ist doch sicher auch für Sie ganz gut, oder? Wow. Das ist ja toll. Vielen Dank für den Tipp. Oh. Entschuldigung. Ich muss jetzt weg. Ich muss zur Arbeit. Ah. Verstehe. Na dann. Danke für das Gespräch, Frau Donnersberg. Das war sehr interessant. Oh, das freut mich. Und vielen Dank für die Hilfe. Das ist sehr nett. Aber gern. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Tschüss. 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 Es gibt leider ein paar Probleme mit Tien. Deshalb möchte ich gern mal mit Ihnen sprechen. Tien's Oma ist zurzeit bei ihrem Vater in Vietnam. Deshalb ist Tien nun oft allein zu Hause. Ich muss arbeiten. Deshalb kann ich Tien nicht zum Gitarrenunterricht bringen. Entschuldigung. Ich muss jetzt weg. Ich muss zur Arbeit. Ah. Verstehe. Na dann. Danke für das Gespräch, Frau Donnersberg. Das war sehr interessant. Oh, das freut mich. Und vielen Dank für die Hilfe. Das ist sehr nett. Aber gern. Einen schönen Tag noch. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Sag mal, Tien. Bist du jetzt fertig mit deinen Hausaufgaben? Ja, ich bin fertig. Gut. Dann zeig sie mir mal. Warum denn? Hast du sie ordentlich gemacht? So wie Frau Donnersberg sie haben will? Weh, weh, weh. Oh. Hey. Na wunderbar. Das sieht doch schon ganz gut aus. Hm. Ah. Da ist Oma. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Mama. Hallo, Oma. Na. Na? Wie war denn eure Woche? Hier bei uns ist alles ganz normal. Und wie läuft es bei euch in Vietnam? Wie geht's denn Opa? Ach. Ach. Er hat leider oft Schmerzen. Oje. Aber manchmal lachen wir auch zusammen. Das ist dann sehr schön. Und bei euch? Wie ist es in der zweiten Klasse, Tien? Ach, ganz okay. Nur leider sind wir neunundzwanzig Kinder in der Klasse. So viele. Boah. Ist euer Lehrer wenigstens nett? Unser Lehrer? Du meinst unsere Lehrerin. Ach, was? Seid ihr denn nicht mehr bei Herrn Meier? Nein. Ihre Lehrerin ist ganz neu an der Schule. Sie heißt Frau Donnersberg. Donnersberg? Huch. Das klingt ja gefährlich. Nein. Ich war vorgestern bei ihr. Sie ist sehr nett. Und sehr genau. Die Kinder müssen ihre Hausaufgaben immer ganz pünktlich und ordentlich machen. Nicht wahr, Tien? Ja. Leider. Nein, sehr gut. Pünktlich und ordentlich. Das finde ich richtig. Ja, genau. Ich auch. Ach ja, Jasmin. Ist denn in unserer Wohnung alles in Ordnung? Ja, Mama. Ja, Mama. Und? Gibt es sonst noch was Neues bei euch? Oh ja. Was ganz Neues. Schau mal, Oma. Ich lerne jetzt Gitarre. Hey. Wow. Wie das denn? Mama hat das organisiert. Zusammen mit Frau Donnersberg. Super, was deine Mama alles kann. Ja, das finde ich auch. Hey, Schatz. Hallo. Na, wie war dein Arbeitstag? Ganz okay. Und bei dir? Alles okay? Ja, alles klar. Was wollen wir denn heute noch machen? Hast du eine Idee? Also, ich würde ganz gern einen Spaziergang machen. Was hältst du davon? Ein Spaziergang? Muss das sein? Hast du was dagegen? Spazieren gehen ist total schön. Das macht doch Spaß. Ach nein. Ich habe jetzt keine Lust. Schade. Das können wir doch morgen machen oder am Wochenende. Jetzt komm. Nur eine halbe Stunde. Nö, bitte nicht. Ich bin dagegen. Heute Abend möchte ich lieber was bei mir zu Hause machen. Okay. Dann gehen wir eben zu dir. Oh, super. Dann können wir zusammen Magic Sundays spielen. Dein Computerspiel? Naja, ich weiß nicht. Da schaue ich lieber eine Serie. Hey, warte mal. Da fällt mir ein, in der Mediathek gibt's ab heute die zweite Staffel von Tu's doch endlich. Ach, du und deine Serie. Na, ja, mal sehen. Wir finden schon was, oder? Na klar. Wir finden was. Was wollen wir denn heute noch machen? Hast du eine Idee? Also, ich würde ganz gern einen Spaziergang machen. Was hältst du davon? Ein Spaziergang? Muss das sein? Hast du was dagegen? Spazieren gehen ist total schön. Das macht doch Spaß. Ach, nein. Ich habe jetzt keine Lust. Schade. Das können wir doch morgen machen. Oder am Wochenende. Jetzt komm. Nur eine halbe Stunde. Nö, bitte nicht. Ich bin dagegen. Heute Abend möchte ich lieber was bei mir zu Hause machen. Okay. Dann gehen wir eben zu dir. Und, was meinst du? Wollen wir jetzt die Serie schauen? Tu's doch endlich. Also, ich weiß nicht. Ach, komm. Das ist echt lustig. Das macht bestimmt Spaß. Findest du nicht? Nein. Mir gefällt das nicht so. Mann. Mann. Was ist denn? Es ist traurig, dass du immer nur Nein sagst. Moment mal. Das sehe ich ganz anders. Aha. Serie schauen, Serie schauen, Serie schauen. Das nervt. Kannst du das denn nicht verstehen? Hä? Es ist schade, dass du immer und immer nur deine Serien ansehen willst. Das stimmt doch gar nicht. Vorhin habe ich vorgeschlagen, dass wir spazieren gehen. Hast du das schon vergessen? Pfff. Na, wie du willst. Dann schaue ich die Serie halt allein. Okay. Tu's doch endlich. Ha. 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 Das gibt's nicht, oder? Da los, Tom. Tu's doch endlich. Samir? Hey, Samir. Was? Was ist los? Das ist doch Quatsch. Findest du nicht? Was ist Quatsch? Na, was wir gerade machen. Ich hab gedacht, dass wir heute Abend mal Zeit für uns haben. Ich auch. Du hattest Lust, dass wir etwas zusammen machen? Ich hatte Lust. Und trotzdem macht jeder etwas allein. Das ist doch doof. Tja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Aber wie war das mit dem Spaziergang? Ja, ich weiß. Das war doof von mir. Den Spaziergang können wir ja trotzdem noch machen. Nein, jetzt ist es schon spät und ich muss morgen sehr früh auf der Baustelle sein. Okay. Weißt du was? Wir machen den Spaziergang am Wochenende. Wirklich? Versprochen? Ganz bestimmt. Hey, das ist schön. Du sag mal, wollen wir nicht mal ein Wochenende ganz ohne Medien machen? Was meinst du? Oh ja. Nur wir zwei. Ohne Medien. Ich liebe dich, Schatz. Hey, ich liebe dich auch. So? Wirklich? Aber ich guck doch immer so eine dumme Serie. Egal. Ich liebe dich trotzdem. Na, hoffentlich. Du, Enrico. Wann ziehen wir denn ein? Übermorgen. Mann. Ich will aber heute einziehen. Das geht leider nicht. Wir müssen die neue Wohnung hier erst noch ein bisschen renovieren. Was ist denn renovieren? Naja, hübsch machen. Aber die Wohnung ist doch schon hübsch. Stimmt. Aber es sind noch ein paar Löcher in der Wand. Löcher? Wo denn? Zum Beispiel da hinten, im Flur. Hier ist ja gar kein Loch. Nicht da unten. Guck mal weiter oben. Ah, ja. Da oben ist wirklich ein Loch. Und in der Küche ist auch eins. Gleich vorne in der Ecke. Ja, stimmt. Da ist auch ein Loch. Aber das ist ganz klein. Das kannst du ganz schnell renovieren, oder? Naja, schon. Juhu. Dann können wir doch heute einziehen. Nein. Wir müssen die Wohnung erst noch einrichten. Einrichten? Naja, unsere Möbel holen und hier in die Zimmer stellen. Und so. Das machen wir morgen. Okay. Da helfe ich dir auch wieder. Na, super. Vielleicht geht dann ja alles ein bisschen schneller. Was? Ja, ganz sicher. Was ist denn renovieren? Naja, hübsch machen. Aber die Wohnung ist doch schon hübsch. Stimmt. Aber es sind noch ein paar Löcher in der Wand. Löcher? Wo denn? Zum Beispiel da hinten, im Flur. Hier ist ja gar kein Loch. Nicht da unten. Guck mal weiter oben. Ah, ja. Da oben ist wirklich ein Loch. Und in der Küche ist auch eins. Gleich vorne in der Ecke. Ja, stimmt. Da ist auch ein Loch. Aber das ist ganz klein. Das kannst du ganz schnell renovieren, oder? Ja? Naja, schon. Maria? Schatz? Maria? Ja? Was ist? Würdest du mir bitte die Bohrmaschine bringen? Sie ist unten im Auto. Im Kofferraum. Nein, das geht gerade nicht. Ich muss noch das Regal hier fertig aufbauen. Tut mir leid. Was? Ach so. Ähm, Alma? Ja? Kommst du bitte mal her? Was ist denn? Kannst du mal schnell runtergehen und die Bohrmaschine aus dem Auto holen? Die Bohrmaschine? Kein Problem. Ich bring sie dir. Super. Maria? Maria? Schatz? Maria? Ja? Was ist? Würdest du mir bitte die Bohrmaschine bringen? Sie ist unten im Auto. Im Kofferraum. Nein, das geht gerade nicht. Ich muss noch das Regal hier fertig aufbauen. Tut mir leid. Was? Ach so. Ähm, Alma? Ja? Kommst du bitte mal her? Was ist denn? Kannst du mal schnell runtergehen und die Bohrmaschine aus dem Auto holen? Die Bohrmaschine? Kein Problem. Ich bring sie dir. Super. Ach ja, und noch etwas. Der Müll hier muss raus. Schaffst du das auch noch? Aber natürlich. Den Müll nehme ich gleich mit runter. Hey, danke. Du bist echt eine Hilfe. Alma? Warte mal. Ja? Was ist denn, Mama? Du, da ist auch noch eine Kiste im Kofferraum. Die brauche ich dringend. Okay. Ich bringe sie auch gleich rauf. Sei aber vorsichtig. Da sind auch Sachen aus Glas drin. Na klar. Bis gleich. Sag mal, Maria, soll die Lampe wirklich neben dem Schreibtisch stehen? Ja? Warum nicht? Das finde ich aber ziemlich unpraktisch. Wollen wir sie nicht lieber hinter den Schreibtisch stellen? Okay, wenn du meinst. Stellen wir sie hinter den Schreibtisch. Und was machen wir mit dem Bild? Na, vielleicht hängen wir es an die Wand? Aha. Klar muss das Bild an der Wand hängen. Aber wo? Wir können es über den Sessel hängen. Nee, über dem Sessel finde ich es nicht so toll. Na ja, vielleicht hast du recht. Aber wohin dann? Wollen wir es in den Flur hängen? In den Flur? Na ja, aber wohin? Links neben die Küchentür zum Beispiel. Wo links neben der Küchentür? Ist denn da genug Platz? Probieren wir es doch einfach mal aus. Komm! Okay. Und wohin wollen wir die Vase stellen? Bäää. Was? Die ist ja hässlich. Na sag mal, die ist von Tante Eusebia. Na und? Sie ist trotzdem hässlich. Ha, ich hab ne super Idee. Ja? Wir werfen sie in den Mülleimer. Alma! Enrico! Was soll das? Was denn, Schatz? Alma hat ja recht. Für die Vase gibt's wirklich nur einen Platz. Und der ist im Mülleimer. Naja. Okay. Hurra! Scherben bringen Glück. Na, hoffentlich. Nachts, nachts, nachts. Allein, allein, allein. Ich hab keine Lust mehr. Diese Arbeit macht mich kaputt. Ich muss raus hier. Woanders hin. Ganz was anderes machen. Aber wohin? Und was machen? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Sophia? Mitten in der Nacht? Hm. Eine Sprachnachricht. Hallo, Pekka. Na? Schon wieder im Nachtdienst, du Arme? Ich bin auch nicht zu Hause. Ich bin in Krassenstein. Ich habe morgen, äh, nee, heute, schon ganz früh einen Fotojob hier. Tja, und jetzt sitze ich hier in Krassenstein im Hotel Adler. Und es ist total langweilig. Und ich kann nicht schlafen. Naja, schon okay. Und bei dir? Alles klar? Ich hoffe, dir geht's gut. Naja, dann bis bald mal, oder? Mach's gut, Pekka. Liebe Grüße aus Krassenstein. Krassenstein? Tschüss. Krassenstein? Hm. Noch nie gehört. Wo ist das denn? Hey, Wilma. Wo ist Krassenstein? Hey, Wilma. Such mir eine Bahnverbindung von Neuberg nach Krassenstein. Die Fahrt von Neuberg nach Krassenstein dauert zwei Stunden und vierzehn Minuten. Die Abfahrt in Neuberg ist um neun Uhr zweieundzwanzig. Die Ankunft in Krassenstein ist um elf Uhr sechunddreißig. Hey, Wilma. Muss ich umsteigen? Du steigst einmal in Brandewick um. In den Bus Nummer neun. Du hast neun Minuten Zeit. Na, hoffentlich hat der Zug keine Verspätung. Hey, Wilma. Wo fährt der Zug in Neuberg ab? Der Zug fährt in Neuberg von Gleis drei ab. Gut, das passt. Hey, Wilma. Zeig mir bitte die Verbindung an. Herzlich willkommen alle in Neuberg Zugestiegenen im Regionalexpress 2379 von Stuttgart Hauptbahnhof nach Nürnberg. Ähm, entschuldigen Sie, ist der Platz hier noch frei? Aber ja, hier ist frei. Na super. So, guten Morgen. Ist hier noch jemand zugestiegen? Ja, ich. Okay. Dann würde ich gern mal Ihre Fahrkarte sehen, bitte. Ach ja. Moment. Ah, hier ist sie. Ah, nach Krassenstein wollen Sie. Richtig. Da müssen Sie in Brandewig raus und in den Bus umsteigen. Ja, danke. Das weiß ich. So, alles klar. Dann gute Fahrt und einen schönen Tag. Danke. Ihnen auch. Guten Tag, die Herrschaften. Möchte jemand Kaffee oder Tee oder ein Erfrischungsgetränk? Ähm, ja. Ich hätte gern eine Cola. Sehr gern. Oh, danke. Haben Sie auch etwas zu essen? Natürlich. Was hätten Sie denn gern? Was haben Sie denn? Es gibt belegte Brötchen mit Salami oder mit Käse. Hm, würden Sie mir bitte ein Käsebrötchen bringen? Ja, gern. Hallo. Na? Bist du noch im Hotel Adler? Ach, du Glückliche. Ich wäre jetzt auch gern bei dir in Krassenstein. Ja, wirklich. Ich würde so gern eine Wanderung mit dir machen. Die Landschaft dort, die Wiesen, die Wälder, die Natur. Das ist doch sicher alles sehr schön, oder? Aber ich muss ja leider arbeiten. Naja, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Das wäre echt super. Tschüssi. Na, hören Sie mal. Wie bitte? Sie sind ja wohl ein ganz Schlimmer, was? Nö, nö. So schlimm bin ich gar nicht. Ach, entschuldige. Ja? Ich kenne mich hier nicht aus. Darf ich dich was fragen? Na klar. Wohin möchten Sie denn? Ähm, wie komme ich von hier zum Hotel Adler? Ach, das ist ganz einfach. Sie gehen hier durch die Unterführung. Ja. Und dann die Straße entlang. Nach ungefähr 150 Metern kommen Sie an einer Apotheke vorbei. Mhm. Dort gehen Sie links und dann immer geradeaus, bis zu einem Turm. Und gegenüber dem Turm sehen Sie das Rathaus. Aha. Und gleich links neben dem Rathaus ist das Hotel Adler. Hey, das ist ja gar nicht so weit. Danke dir. Kein Problem. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Hotel Adler. Ah, da ist es ja. Na, das sieht ja nicht so toll aus. Und ziemlich teuer. Okay, das Hotel habe ich also gefunden. Aber von Sophia habe ich immer noch nichts gehört. Hat sie meine Sprachnachricht nicht gekriegt? Hey. Sie hat ja doch geantwortet. Warum habe ich das nicht gehört? Hallo, Pekka. Nö, ich bin nicht mehr in Krassenstein. Ich war um 10 Uhr schon fertig mit meinem Fotojob. Und jetzt bin ich fast schon wieder zu Hause in Neuberg. Wollen wir am Wochenende joggen gehen? Was meinst du? Das wäre doch cool, oder? Das Wetter soll ja super schön werden. Bis bald. Liebe Grüße. Sie ist schon fast wieder zu Hause. Tja, lieber Pekka. Was hast du heute im Nachtdienst gesagt? Ich muss raus hier, woanders hin, ganz was anderes machen. So, jetzt bist du raus. Jetzt bist du woanders. Jetzt mach was. Aber was? Weiß ich nichts. Ich weiß nur eins. Ich brauche eine Unterkunft. Was hast left. Ich weiß nicht. Du bist 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 bist. Und wenn du dann? Ich Hab es nicht. Vielen Dank.